Das nächste Stück ist auch als Single rausgekommen, als Vinyl-Single und als Video auch. Das ist in Warschau aufgenommen worden, könnt ihr euch auch gerne mal gucken. Nee, das stimmt gar nicht, das eben war in Warschau aufgenommen. Das jetzt ist in Münster aufgenommen. Das handelt davon, wie man abends rausgeht, sich schick macht, sagen wir mal, ist Freitagabend, stellt sich an eine Theke und guckt, wer alles reinkommt. Auf einmal kommt so ein entsetzlich dicker, fetter Mann rein, mit einer wunderschönen Frau dabei. Und die gehen direkt an eine Theke. Und was mache ich? Ich gehe hin und fordere die Frau zum Tanzen auf. Normalerweise hätte ich von dem Typen direkt was auf die Schnauze bekommen müssen, aber der war viel zu sehr damit beschäftigt, einfach die Speisekarte noch ein bisschen zu studieren. Das Stückchen heißt Dancing with a Fat Man's Lady. Nee! Nee! It was... Am Keyboard. Dio! It was a Friday night, if I remember right, I had my sister let my dance in chub. Ready to shuffle, ready to skate, and they don't, don't stand it rockin' blue. In came a man with a girl by the hand. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018